Orduja, 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 Orduja! Mit dem Pokalspiel waren wir alle sehr enttäuscht und da müssen wir uns nochmal bei den Fans entschuldigen. Wir haben die erste halbe Stunde losgelegt wie die Feuerwehr. Ich glaube, da hätte das 2-3-0 stehen müssen. Wir waren da sehr zielstrebig. Ich glaube, das 1-0 hat dann gut getan. Beim ersten Tor komme ich außen gut durch. Ich versuche dann eine scharfe Flanke reinzubringen. Das ist mir dann auch gut gelungen. Und der Christoph musste dann auch nur noch den Fuß hinhalten. Wir haben gewusst, dass Paderborn eine super Mannschaft ist, gute Spieler haben, schnelles Umschaltspiel, dass sie auch Fußball spielen wollen. Wir haben phasenweise dann nachgelassen, vor allem in der ersten Halbzeit, so die letzten 15 Minuten. Dann waren die ersten 20 und der zweiten Halbzeit wieder super. Beim zweiten Tor setzt sich Zimbo überragend durch. Wir reden immer oft mit ihm, auch vor dem Spiel, dass wir uns mehr suchen müssen im Spiel. Und heute hat es super geklappt. Ich weiß nicht, ihr habt den mal einfach bekommen. Ich wollte einzigen einen vorbeigehen. Ich habe am ersten vorbeigegangen. Auf einmal war ich im 16 und wollte noch mal vorbeigehen. Dann habe ich nur noch Kena gesehen. Ich habe gesagt, jetzt schiebe ich ihn auf zwei. Und natürlich, Kena macht den super. Ja, klasse Tor. Dann in der zweiten Halbzeit, so Mitte des Spiels, da müssen wir das noch konsequenter mit dem Ball sein. Den Ball laufen lassen, den Gegner müde machen und dann versuchen, die Nadelstiche zu setzen. Paderborn hat dann Druck gemacht, die letzten 20 Minuten. Wir haben alles probiert und wir haben dagegen gehalten, gekämpft und versucht, das 2-1 über die Bühne zu bringen und am Ende haben wir es gemacht. War dann am Ende echt knapp, aber wir haben es gut verteidigt und wir bauen unsere Serie weiterhin aus. Daheim zeigen wir eh diese Saison sehr stabile Leistung und es kann so weitergehen. Wir haben noch einiges aufzuarbeiten. Es war nicht alles gut heute, deswegen ist es super, dass wir noch trainieren können, dass wir noch besser werden können. Und wir müssen auf unser nächstes Level kommen. Noch weiter Gas geben, Tore machen, Chancen rausspülen, dann sind wir in der Spitzenmannschaft. Joom BRE cut. Joom Loch Joom Ho